Hallo. Zum Aufbauen hier. Ja. Leider zu spät. Oh. Wir haben heute ein bisschen Vorarbeit geleistet und ein, zwei Leute trainieren jetzt noch. Hallo. Heute was? Äh, Aufbau. Bisschen Aufbau, ein bisschen Training. Gehen Sie weg. Vokale stehen auch schon. Müssen deinen Stand noch aufbauen. Mach mal jetzt. Jetzt, jetzt wäre eigentlich Chancen, jetzt können wir loslegen. Bisschen, können wir los? Bis gleich. Ja, du hilfst mit morgen. Bei dir melden sich die Leute an. Ja, klar. Und dann gibt es ein schönes T-Shirt. Und dann versuchst du auch noch beim Wettbewerb teilzunehmen. Was ist das Ziel? Letzter. Kann nur besser werden. Also ich habe vier Burger, zwei Packungen Hähnchen und zwei Packungen Gratwüsten. Mal essen ist wichtig, sonst morgen kein Cherokee-Shooting. Ohne Mampf kein Kampf. Und jetzt fangen wir an und machen hier auf der SABB. Richten wir langsam den Stand. Ihr habt das morgen unter Kontrolle. Mehr oder weniger, wie immer. Alles für den guten Zweck. Ganz von gutem. Du weißt, ein sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Schlüsselqualifikation. Ein Büro eingerichtet. Büro ist eingerichtet und läuft für morgen. Wenn ihr hier also morgen reinkommt oder wenn ihr hier zum Schlüberschießen reinkommt, findet morgen auf Stand 1 auf der SABB statt oder hat es stattgefunden auf der SABB, dann meldet ihr euch hier beim Sven an, der euch dann von vorne begrüßt. Genau, nicht von hinten zur vorne. Genau, von vorne begrüßt. Dann müsst ihr hier eure Anmeldezettel ausfüllen und Corona sagen, ob ihr habt oder nicht habt oder ihr habt, dann müsst ihr direkt wieder weg. Dann habt ihr hier einen fest eingezeichneten Laufweg. Es kommt auch immer nur einer auf den Stand. Und hier steht dann der Flo für euch. Hoffentlich im Trockenen. Und hier schießt ihr dann 5 Schuss Flinte. Dann legt ihr die Flinte ab, stellt Sicherheit her. Dann schießt ihr hier 5 Schuss Pistolenkaliber, auch auf Popper. Und dann trägt der Flo euch eure Treffer ein. Dann geht es zurück. Dann schmeißt der Flo euren Zettel entweder hier bei 6 bis 8 Treffer oder 6 bis 9 Treffer ein. Dann bekommt ihr euer Entchen vom Sven, wenn ihr brav wart. Der Kern, der scheucht einen immer rum.